Hey Trader und herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich freue mich sehr, dass du es wieder geschafft hast einzuschalten zu einem heutigen Bitcoin News Video, was ich dir heute wieder bereitstelle. Ich habe es ja auch schon in der letzten Woche angesprochen, dass ich auf jeden Fall bereit bin, mehr über den Bitcoin zu sprechen, wenn die Resonanzen da sind. Die Resonanzen waren da. Ich habe mich darüber sehr gefreut, über das Feedback für das Video. Und da möchte ich natürlich anknüpfen und dir weiter tollen Content bieten können. Ich würde mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst und meinen Kanal abonnierst, damit dieser weiter wachsen kann, weil es geht nach meinem Disclaimer auf jeden Fall mit wichtigen News vom Markt weiter. Also bleib auf jeden Fall bis zum Schluss dabei, damit du den Bitcoin perfekt handeln kannst und genau verstehst, was denn in der nächsten Zeit auf uns zukommt. Weiter geht's. Ja Trader, was ist heute passiert? Das möchte ich dir erzählen. Du hast es wahrscheinlich in den Medien gekriegt. Chang Peng, der CEO von Binance, tritt zurück. Und ich sage es dir ganz ehrlich, ich hatte kurzes Herzflimmern, weil ich dachte, wir könnten vielleicht wieder in sowas wie bei der FTX-Pleite hineinrutschen und der Markt, der würde jetzt ja erstmal viel weiter in den Keller gehen. Das Ganze ist Gott sei Dank nicht passiert, trotz der Strafzahlungen von 4,3 Milliarden US-Dollar an Binance. Das muss man sich mal überlegen. Das ist die höchste Strafzahlung, glaube ich, die es jemals gegeben hat. Absolut krank. Diese Zahlen kann man sich auf jeden Fall nicht ausmalen. Ja, und wir sehen es, hier oben kamen die News rein und wir wurden aber direkt wieder aufgekauft und wir sind nach oben hingeknallt. Das heißt, diese Inbalance hier in diesem Bereich wurde einfach direkt geschlossen, nachdem diese doch sehr negative News, weil Binance ist einfach die größte Plattform für Krypto und es hätte mich nicht gewundert, wenn wir darauf noch negativer reagiert haben oder hätten. Das war Gott sei Dank nicht der Fall. Aber ich twitch jetzt erstmal zurück in den Tagesschart. Ich habe dir ja auch schon in dem letzten Video erzählt, was ich erwarte, wo wir hinkommen. Ich gehe fest davon überzeugt, also ich bin bullisch mit Bitcoin, absolut, aber ich möchte dir auch sagen, das habe ich dir auch im letzten Video gesagt, Sei vorsichtig mit deinen Positionen, weil wir haben hier eine riesengroße Inbalance im Markt. Und was haben wir gelernt? Die Inbalance wird immer sehr, sehr gerne wieder geschlossen und vom Markt wieder angelaufen. Natürlich ist das kein Muss, es muss nicht passieren. Das sei an dieser Stelle auch gesagt, aber es ist sehr wahrscheinlich. Und wenn wir uns den RSI jetzt auf Tagesbasis einfach mal anschauen, sehen wir hier einfach, dass uns hier oben langsam die Puste ausgeht. Den Käufern geht die Puste aus. Und das würde natürlich auch super ins Bild reinpassen, dass wir hier oben überverkauft sind und erstmal hier runter kommen, um dann neue Kraft zu tanken, um dann nach oben über die 40.000 Dollar Marke zu schießen. Es kann natürlich sein, und davon gehe ich, oder das wäre auch ein Alternativ-Szenario, dass wir schon direkt von hier aus nochmal Gas geben und natürlich über die 40.000 Dollar Marke schießen. Ich gehe aber erstmal davon aus, dass es sein kann, und das dürfen wir nicht ausschließen, dass wir hier unten diese Inbalance nochmal abschließen mit einer Welle 4 und dann weitergehen nach hier oben mit der Welle 5 über die 40.000 Dollar Marke. Auf dem 15-Minuten-Chart, wenn du da jetzt handeln möchtest, möchte ich dir sagen, solltest du folgende Zonen auf jeden Fall im Blick haben. Und das wäre diese Zone hier unten, die sollte halten. Wir könnten natürlich jetzt nochmal hier unten reindippen, dann nach oben schießen, das wäre möglich. Sollte diese Support-Zone hier nicht halten, und wir kommen hier unten in diesen Bereich rein, dann wird es nochmal interessant, weil das dann wirklich der Scheideweg ist zwischen Long oder Short in den nächsten Tagen bzw. Wochen. Also, halte auf jeden Fall diese Zone hier im Hinterkopf. Diese 35.000er-Zone oder 35.000-Dollar-Zone muss einfach halten, sollte diese nicht halten, wir werden nach unten durchbrechen. Davon bin ich fest überzeugt. Hier siehst du es auf dem Stunden-Chart nochmal ein bisschen, bisschen deutlicher. Also, was empfehle ich dir? Ich habe ja auch im letzten Video unter den Kommentaren gelesen, dass einige von euch ein bisschen nervös sind, eventuell den Zug verpasst zu haben, um noch in Bitcoin einzusteigen. Du kannst es mir ja mal unten in die Kommentare schreiben, ob du bereits investiert bist oder ob du noch an der Seitenlinie stehst. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, weil ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, jetzt erstmal die Füße stillzuhalten, auf der Seitenlinie zu stehen, dein Geld zu sammeln, dein Fiat-Geld zu sammeln, um es dann im richtigen Moment in den Bitcoin rein zu investieren. Und das wäre natürlich auf den ersten Blick erstmal nochmal hier unten, dann würdest du einen viel besseren Einkaufspreis bekommen. Weil, wenn ich eins gelernt habe, in den letzten Jahren Kryptowährungen oder beziehungsweise in den letzten drei Bullruns, die ich schon miterleben durfte, es ist so, dass der Markt hier oben sehr gerne, bevor er in einen neuen Bullrun geht, einfach nochmal abverkauft. Und es kann natürlich auch sein, dass wir hier auch nochmal in diese 25.000 Dollar Zone reinkommen, weil der Markt erstmal alle schwachen Hände liquidieren will und damit dann Kraft und Power tankt, um dann weiter nach oben durchzuschießen. Das war es erstmal von mir gewesen zu meinem Bitcoin-Video in dieser Woche. Ich würde mich über ein Like oder ein Abo freuen und freue mich darauf, wenn du beim nächsten Video von mir wieder einschaltest. In dieser Woche wird es auch nochmal ein DAX-Video geben, genauso wie Euro, US-Dollar. Ich halte euch natürlich auch bei den Währungspaaren immer auf dem Laufenden, beziehungsweise Indizes. Also, bis zum nächsten Video. Sein André.